Ich frage mich oft, ob normale Menschen so etwas erleben wie wir. Und ich glaube nicht. Das ist Leiband. Weil wir fühlen einfach das Leibandste Leben. Nach dem ursprünglichen Streben nach Akzeptanz und Anerkennung hat sich in den letzten Jahren das so entwickelt, dass wir unser Profil geschliffen haben. Und jetzt definitiv stolz darauf sind, dass wir ein bisschen anders sind. Das ist Leibandste Leben. Das ist Leibandste Leben.